Na dann losgehen. Ja, moin, ihr Lieben! Ähm, wo sind wir? Wir sind hier grad reingekommen und wissen nicht, was los ist. Ey, was ist hier? Jenny! Jolle ist total sprachlos. Herzlich willkommen zu Seven Days to Die. Wir hängen hier alle im Loch drin. Ja, wo geht's denn hier? Ist das so eng? Ich weiß nicht. Letztes Mal haben wir irgendwo in einer Mina aufgehört und hier müsste irgendwo ein Aufgang nach oben sein. Ich weiß... Da! Da, 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 da! Ähm... Genau über der! Jenny... Da! Genau da! Oh Gott. Wie sind wir denn hier runtergekommen? Ähm, wo ist jetzt der Ausgang? Da oben! Ja, da, da so. Was ist das hier? Das ist der Abgang, nicht der Aufgang. Da ist auch noch... Ah, der Abgang, aha. Aber wir wollten ja eh noch Metall abbauen, oder? Ja. Wir haben jetzt beschlossen, wir werden noch eine Folge hier in der Mitte verbinden müssen. Eine? Ja. Ich glaube, es werden noch ein paar mehr. Ja. Ja, also so... Ohne jetzt mal das Tageslicht zu sehen. Wir sind ja alle Gamer. Wir wissen, wie es läuft. Das sind wir gewohnt. Ja. Ja. Wie viel Metall? Also... Wir brauchen... Was ist das hier gerade? Oh Gott, ich hab grad mal 14. Wie viel hab ich denn? Ah, ich hab glaube ich oben schon ein bisschen was reingepackt. Ich habe 8. Oh ja. Es ist eine neue Aufnahme-Runde, falls das jetzt noch nicht angekommen ist. Wir sind noch ein bisschen verwirrt. Echt? Nein, nein. Ah, es rieselt Steine! Ich... Ich versuch mal wieder hier hochzukommen, ja? Boah, Jenny! Boah, Alter! Was? Was hast du da? Ich mach das hier da! Fleck, bau doch mal uns wieder raus! Ja, ich versuch's ja gerade. Ich versuch hier wieder so eine Art Treppe reinzubauen. Also hier kommt man jetzt... Da baue ich eine schräge wieder rein, Fleck. Oh, du... Jenny, hier, ich baue dir... Ja, komm mal. Der macht mir alles kaputt! Nein, guck mal, das ist doch schön hier, wir kommen wieder raus. Ich leg mal das Metall oben in die... Warum ist hier eine Kiste? Weil ich die Kiste da beim letzten Mal platziert habe, damit wir nicht mal nach ganz oben müssen. Sehr gut. Sondern eine Zwischenlagerstätte haben. Äh! Er hat mir doch alles kaputt gebaut! Nein, nein, haben wir nicht. Verstehe, verstehe. Wir waren hier in Jennys Grube. Ist ja, ist ja merkwürdig alles. Ach, wir haben hier gar kein Brennholz. Wir haben hier 58 Eisenärz drin, aber kein Brennholz. Warte mal. Lass mich mal ran, dann kann ich das machen. Ich hab doch hier Brennholz, so. Fuck! Wegrutsch mal. Ich hätte auch 5 Kohle noch im Inventar, Leute. Die Planks. Ah, so Leute, genießt noch einmal das schöne Sonnenlicht, welches noch nicht existiert. Warum die Bäume? What the fuck? Ja, hier sind die Bäume entfernt. Wollen wir die mal kommen? Das ist super geräusch. Mach die mal weg. Was denn? Ach so, die willst du wegnehmen und dann fallen die um, oder wie? Sieht aber nicht so aus. Warte, da fehlt jetzt so rein. Da pass auf, was auch. Baum fällt. Ach, ist das nicht. Und da sind die Bäume wieder gefallen. Ja. Leckt das mit diesen Pieken hier hinten, ist nicht nett. Doch, das war total schlau. Das ist weltbescheuert. Ich hab auch, auf dem Feld sind auch wilde gewachsen. Ja, ich hab das bei dem Video gesehen. Und es wurde uns ja gesagt, das waren ja grad mal läpperliche, drei Horden oder sowas. Und demnächst können dann so bis zu 500 Zombies kommen. Ich halte das ja eher noch für sehr unrealistisch. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist aber auch so eine Sache. Die Leute wollen, dass da 300.000, 12 Millionen Zombies kommen und uns alle töten. Aber wie sollen wir das denn machen, Freunde? Die wollen das sehen. Das geht doch nicht. Aber sag mal, was sagt ihr dazu, dass wir bald Unterwäsche tragen werden? Ja. Ja. Jenny, erzähl mal bitte. Sie war grad noch auf dem Blog. Ich hab gesagt, guck mal auf dem Blog, was neu ist. Und dann hat sie gesagt, jo, mach ich. Wir haben einige Neuerungen dabei. Demnächst, in den nächsten Updates. Wollte grad sagen, aber jetzt noch nicht, oder? Nein. In einer der nächsten Updates wird es Unterwäsche geben, Flake. Unterwäsche. Äh, ja. Ich bin ja ein ganz großer Fan. Im Moment trage ich meine Blue Jeans ja quasi ohne. Was? Das reicht doch. Ich steige morgens in meine Blue Jeans und dann gehe ich in eine Wanne kaltes Wasser. Kennt ihr die Werbung noch? Und dann wird die Haut eng. Dann sitzt die Haut eng. Damit ich eure, äh, eure Vorstellungskraft mal anregen kann. Haut eng sitzt sie dann. Mhm. Ich bin total erotisch angetönt jetzt. Troffenes Schweigen. Ja. Was soll man dazu sagen? Genau, Jenny, du sagst es. Äh, um jetzt ganz geschickt von dem Thema abzulenken. Wir haben 80 Eisen. Mhm. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Haben wir eine? Ja, doch. Doch, das ist schon ordentlich. So, ich komm mal wieder runter hier. Mein Spiel könnte eventuell ein bisschen laut sein, dann tut es mir leid. Das habe ich aber auch gerade gedacht. Irgendwie ist das Spiel ein wenig laut. Aber, okay. Wie weit seid ihr denn da runter, sag mal? Also, Flecky, hier geht's noch ziemlich weit runter. Ich hab schon wieder die nächste, also hier geht's noch weiter in den Boden rein. Soll ich hier mal ne Schräge bauen? Ne, die Schräge baue ich dann, wenn, äh, ich dann, wenn wir hier durch sind. Aber hier kommst du jetzt rauf, oder? Ja, hier kommst du rauf. Benni, du musst irgendwann dann nach rechts noch abzweigen. Du, Jorle, das mache ich dann, wenn hier alles also weg ist. Dann werde ich mich um den Weg kümmern. Damit wir hinten bei den See rauskommen, ne? Das ist nicht euer Ernst, oder? Was denn? Ihr wollt die Höhle bis zum See arbeiten? Ja, sicher. Na, du bist doch der Höhlenmeister. Und ich werde diese Höhle sogar so bauen, Flecky, dass du da unten deine, deine, deine Krypta, oder was du da bauen solltest, kriegen wirst. Aber mal ne ganz andere Frage. Wenn wir uns jetzt in den See buddeln, kriegen wir dann hier Überschwemmung, oder? Nein. Weil wir sind dann so tief, dass wir keine Überschwemmung hier unten kriegen. Echt? Ich hab keine Ahnung. Wir werden es sehen. Dauert auch noch nachfolgen, bis wir das erreicht haben. Ja, im Moment renne ich hier planlos zwischen euch beiden hin und her. Ja, ist okay. Mach dich doch mal nützlich. Wo, womit? Ähm, na abbauen. Hier ist überall noch, komm mal her. Bei mir ist überall Eisen. Dann renne ich dir doch wieder in die Spitzhacke. Das ist deine liebste Beschäftigung, ich weiß. Warte mal, hier über meinem Kopf ist noch was, oder? Ja. Das ist aber auch so ein ganz fieses Geräusch, so hochfrequent. Was hab ich denn hier für'n Stein? Ist das hier Potassium, oder was? Das ist auf jeden Fall kein Eisen. Jo, ich hab Potassium eingesammelt, Jenny. Rück mal ein Stück hier. Ja, Potassium hab ich auch schon in der Tasche. Jolle, hattest du nen, äh, Dings in der Tasche? Einen Eisenbarren? Bestimmt. Ja, hab ich. Wo bist denn du? So. Ich möchte haben. Hast'n du da? Ja. Honey? Ich brauch' neue Stripes. Honey makes the world go round. Wird Honey genannt? Oh. So, warte, hier. Da. Danke. Danke. Komm, Fallon. Ja, Fleck, machst du gut? Ja. Kommt nur nix runter. Eigentlich mach' mal ein Foto von dir. Mach' mal weiter. Nee. N-Mann steht da da und haut auf die Wand ein. Das sieht jetzt gerade irgendwie doof aus. Uah, was heißt, ich seh doof aus. Ich tue einfach so, als würde ich sie die Spitzhacke so reinhauen. Nein. Oh. Au. Hahahaha. Ich tue so, als würde ich... Joanne, du wolltest doch so tun, als ob. Ja, hab ich das gesagt? Ja. Wär mir neu. Ja. Ja. Das ist so eine laute Folge. Ja. Und wie schon. Das ist wieder Ding-Dong-Dong. So ein bisschen. Ich hör's schon alle heulen. So laut! Es wurde sich übrigens ein Bohrer für mich gewünscht. Ich weiß nicht, ob er so selbstmörderisch war. Ich wünsch mir auch ein Bohrer für mich. So ist es nicht. Ja. So, wer hat sich das Bein gebrochen? Das ist gar nichts. Wer hat mich erschlagen? Nein, nein. Das ist mir auf den Kopf gefallen. Ich muss erstmal was essen hier. So. Brauchen wir noch Licht? Soll ich dir mal ein bisschen... Ich glaub, wir sind hier fertig an dem Fall hier. Nein, hinter dir ist noch. Guck mal. Da. Oh, siehst du denn? Ach, da. Da. Mach mal. Los. Da. Da ist noch mehr. Das ist nix. Natürlich. Das ist nix. Höchstens Potassium oder sowas. Ja, Potassium brauchen wir auch, wenn wir wieder Munition brauchen. Macht man daraus Munition? Ja. Aus Potassium und Kohle. So, jetzt ist aber weg. Weiß ich nicht. Ich glaub, hier unten ist... Hier ist noch was. Leck, hier. Ja, da. Da, wo du stehst. Ah, da und Mel war drauf. Ich seh da nix. Ah, no. Geh jetzt mal unten bei Jenny gucken. Ne, das ist hier nicht bei Jenny. Was ist denn das hier? Verlaufen. Wird hier nie wieder rausfinden. Ja, das auch nicht. Sag mal, wo bist du denn? Ich find die nicht. Da unten. Potassium ist mir wieder hier in die Hand gefallen. Ich glaub, du brauchst hier unten mal Licht. Kann das sein? Mach mal Licht. Also ich hab hier glaub ich so ne Potassium-Ader oder sowas. Ich bin heute total nützlich. Ich mach Licht. Ich produziere Eisen. Ja. Ich bin richtig stolz auf mich. Hä? Na ja, egal. Jetzt hauen wir da. Bei 21 und noch was. Oh. Oha. Mach eine blöde Frage. Kommt die da oben auch noch an, obwohl wir hier unten sind? Ja ja, die wissen ja quasi wo wir sind. Also. Die versuchen sich jetzt anzubuddeln. Irgendwie. Oder? Hat sich jetzt rüchelt? Ich glaub nicht. Nee, nee. Die versuchen sich durchzubuddeln. Sonst. Ich hör sie jetzt auch. Ich komm auch gerade gar nicht mehr wieder nach oben. Das ist toll. Ich glaub sie sind schon im Haus. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Guck doch mal nach. Geh mal gucken. Geh mal gucken. Oh oh. Wo ist meine Bumme? So. Vorausgesetzt Fleck findet den Ausgang. Nee. Das ist nämlich schon das Problem. Oh man. Also ist ja nicht hier wo ich bin. Da ist noch ordentlich was. Und hier ist auch noch was. Unglaublich. Ich find den Ausgang nicht. Du bei mir hier unten auch ey. Ich. Digga geht jetzt? Ja ja. Hat die klappt. Ja. Was ist außer. Boah. Wir brauchen eins zu drin. Also sag mal so die. Tür ist noch zu. Sehr schön. Dieser grüne Baum. Der will hier aber auch nicht mehr wachsen. Flugzeug. Oh. Da hinten ist äh Kingsburg. Oh. 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 Wollen wir? Ja wollen wir? Los. Jetzt ist es dunkel. Ja ist doch egal. Mach mir nur die Türen bitte wieder zu. Ja sind alle zu. Oh Gott. Oh Gott. Da sind. Ach. Ja egal. Einfach hinterher. Das sind drei Stück. Komm. Tatsache drei Stück. Was ist das Mission Impossible? Ja. Ja klar. Gut dass du es erkannt hast. Jesus. Oh man ist so langsam. Warum sind denn hier keine Zombies? Nein. Nein. Da hast du nämlich eine. Also ich habe noch genug Munition eigentlich. Ich auch. Oh. Oha. Jetzt kommt sie nämlich angeschissen hier. Okay. Okay. Ich bin ähm. Auf dem See. Wo bist du? Ich bin nicht auf dem See. Aber jetzt doch jetzt bin ich auf dem See. Oha. Ich habe kein Wasser ne. Ich blöde Kuh. Ja. Jolle. Das ist deine eigene Doofheit. Dass du kein Wasser hast. Kein Wasser bei dir hast. Oha. Den habe ich gar nicht gesehen. Hahaha. A flag? Du hast übrigens 30 Millionen tausend Essen bei dir. Habe ich gehört. Nein. Du bist doch da. Wehe du erschießt mich. Du bist hinter mir irgendwo. Au. Ich bin kein Zombie. Wo sind die? Äh? Ich habe Hunger. Ja. Merke ich gerade. I am so hungry. So hungry. So hungry. Die pissen dich an? Ja. Ich muss jetzt mal ordinär werden. Jetzt habe ich die Richtung verloren. Wo sind die? Ähm. Ja. Irgendwann hören die halt auf zu rauchen. Habe ich so das Gefühl. Oh warte. Da hinten ist glaube ich einer. Seh dich auch nicht. Wo bist du denn? Ich musste mich mal tracken. Traum dich gerade nicht. Weil mir die ganze Zeit die Humsel hinterher fliegt. Hahaha. Flaggy hat Hummeln im Hintern. Nee. Noch nicht. Aber sie arbeitet dran. Ich habe zwei Supply Kisten. Ich will auch eine. Okay. Der ist auch noch höfisch. Aber ich bin zu voll. Ähm. Da war jetzt irgendein Waffenteiler mit drin. Ich versuch dich jetzt mal zu tracken. Er versucht es. Ich hab Iron Gloves. Ah cool. Warte. Der nicht schnell. Geh weg. Wo denn? Ich hab Hunger. 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 Ähm. 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 Flagg. Irgendwo hier sind noch die anderen. Aber wo? Ach da rennst du rum. Wie? Wo bist du denn? Ja. Ich bin recht. Links von dir. Hinter dir. Hatten wir eigentlich schon wieder Cornseeds? Nee ne. Ähm. Was hast du denn da? Was ist nicht? Ich bin nach Hause. Komm Fleck. Ich hab zwei gekriegt. Guck mal, dass du hier noch eine findest. Wo ist sie denn? Ach da hinten. Wenn du an. Ja. Was? Wie? Wo? Komm. Los. Mach flinke Füße. Wo ist denn die Dame jetzt? Ich darf jetzt hier rum und guck, ob ich noch eine Kiste bin. Treff die nicht. Und in die Höhle. Wo wohne ich da hinten? Alles klar. Geh doch nach Hause. Oh Gott. Halleluja. Ja, mach das ja schon. Danke. Geh ja schon nach Hause. Hier muss man ja echt aufpassen, dass man sich nicht gleich die Beine bricht, wenn man hier runter geht. Aha. Wie aufgrund gleich waren wir gerade? Wir haben Kisten von... Ich hab zwei. Echt? Ja. Na gut, dann sah ich dabei richtig aus. Das ist okay. Hahaha. Ja, Fleck. Nur für dich. Chiri. Ich kann übers Wasser gehen. Oh yeah. Chiri. Ich seh dich auch. Da hinten ist schon wieder eine Rumsel. Au. Die hat's erwischt. Oh yeah. Na klar hab ich die erwischt. Hahaha. Das war eine männliche Ruhe. Ich möchte, dass das jetzt hier endlich fertig ist. Ich möchte meinen Gang weiter bauen. Ja, das dauert. Aber was soll denn fertig sein? Dieses ganze Eisenzeug. Das ganze Eisenzeug. Ich mach jetzt die Hummel kalt. Ich hab übrigens auch tausende Tipps bekommen, ne? Aber das sind alles so Cheater-Tipps, Leute. Wir, wir, wir cheaten doch nicht. Cheaten wir? Nein. Nein. Wir bleiben beim Realismus. So, das mit den Bäumen auf diesen Blöcken hier, das ist, ist noch ganz okay und annehmbar. Aber alles andere, nö. Aber was hast du denn für fiese Tipps gekriegt? Ich hab's grad selber überlegt. Wie zum Beispiel das mit den, ähm, Frames und dem Wasser. Ach so, ja, genau. Frames und dem Wasser. Genau, man kann irgendwie ohne Stelzen auf dem Wasser bauen. Das ist wohl noch möglich. Ähm, aber das, das machen wir nicht. Hab ich auch schon geschrieben. Und, oh Gott, Jenny, was ist das denn hier? Ja. Total so. Die Zombies? Die Zombies machen lustige Dinge hier. Dann kümmert euch doch mal um die Zombies. Ich guck denen grade zu, wie die über die Spuren. Die rennen alle hier der Reihe nach über eure Spikes. Das sieht total lustig aus. Weil die haben ihnen natürlich bei jedem Spike eine verpasst. Und deswegen zucken die jedes Mal, wenn sie... ...wäh, wäh! Wäh! Ich geh mal da oben gucken, warte mal. Wahrscheinlich schreik ich gleich ehrlich, weil ich die Zombies im Arsch habe. Ja. Auf jeden Fall war das halt nicht der einzige Tipp, den ich so drauf hab. Oh Gott, was ist das hier, der Ausgang? Ich, keine Ahnung. Boah. Aber ich, ich muss selber nochmal schauen. Ich hab's jetzt auch nur noch vage in meinem Gehirn. Und ich möchte betonen, was ist noch vollkommen intakt und... Irgendwie was intakt? Ja. Deine Brücke! Die Brücke! Auf die ist er so super stolz, ja? Ja. Ja, die wurde ja auch noch nicht attackiert. Aber es klingt auch nur damit zusammen, dass wir gesagt haben, okay, wir kämpfen auf der Straße vorm Haus. Ja. Und wer hat gesagt, wir gehen auf die Straße vorm Haus? Die Jenny. Richtig! Black, gib mal ja ins Essen her. Ja. Los. Was brauchst du denn? Du sollst jetzt mal abgeben hier. Abgeben? Wir sind in der Zombie-Apokalypse. Da wird nicht geteilt. Da hast du... Da hast du doch wohl nicht mehr alle. Also müssen wir Black verkloppen, dass wir Essen kriegen. Okay, ich komm gleich. Ich habe jetzt... 13 Large Beef! Willst du mich verkackt beiern oder was? Wieso? Ich habe auch noch 22 Chicken-Rationen dabei. Ja. Hergehen. Los. Warum denn alles? Ich will auch was haben. Weißt du, ich nage hier immer an ein, zwei Dosen, die ich gerade so kriege. Du sollst doch nicht die Dosen essen, sondern den Inhalt. Ja, aber was ist, wenn ich nichts habe? Ich möchte auch essen. Ja, soll ich die runterbringen? Ich habe auch schon. Ich habe Hunger, 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 habe, Hunger, 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 habe, Hunger, 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 habe, Lust. Das war... Das war der Hundfunk aus der Höhle. Ach, die schaffen gerne. Ich hab jetzt so eine... Wo hab ich denn hier Kohle dabei? Wo hab ich die denn her? Ach, verdammt, das haben wir schon. Kohle? Ja, ne, aus der Miene? Kohle? Leco, wahrscheinlich doch hier. Ach, sag doch nicht sowas. So, das jetzt... Was hab ich hier? Kaffee? Wer hat mir denn Kaffee... Irgendeiner von euch hat Kaffee gemacht. Ich habe Kaffee gekocht, als wir die Zombie-Horde hatten. Da habe ich ihm einen Kaffee gegeben. Was will ich denn nicht? Wenn du keinen Kaffee willst, meine ich dein Gepäer. Ja. Also ich habe jetzt mittlerweile 51 Iron Ore. Alter Schwede. Hier oben haben wir noch 80 in der Tonne. Wo sind die ganzen Eisenbarren, die da drinnen waren? Was? Leco, du bekommst diese Eisenbarren nicht. Das sollte dir aber langsam schon klar sein. Mach mal zu hier so. Nicht, dass da am Ende noch keine Ahnung wie viel mit Metal Stripes bei rauskommen. Wo komm ich hier? Hä? Ja? Machst du schon wieder was mit der Tür? Nee. Nein, ich habe die Tür auch nichts getan. Ob ist das so? Oh. Wo ging es denn hier runter an dem Sauestall? Ich finde hier den Weg nicht da unten. Oh Mann. Ja. So. Man hört es Plingeln und Plongen. Ich weiß. Jenny hat immer noch Metall gefunden. Hahaha. Richtig erkannt, Fleck. Boah. Ist das viel. Und es wird auch noch kein Ende nehmen. Folge mal wieder bei Entfangen. Wie geht denn das hier heute nicht? Das ist irgendwie ein Degging hier. Was machst du denn da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wenn wir darauf zugreifen, dann funktioniert es nicht. Dann drückt ich mehrmals. Und dann funktioniert es immer noch nicht. Ich bin so blöd. Ja. So. Wir müssen auf jeden Fall die Folge beenden, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und lass uns mit Liebe da. Wir verabschieden uns. Es war die Haustruppe. Ja. In der neuen Aufnahmesession. Wir müssen erstmal reinkommen. Wir hatten schon. Wir hatten schon. Hackenderweise sag ich auch Tschüssi. Bis dann. Tschüss.